Istanbul ist die größte Stadt der Türkei. Sie ist das Herz des geschäftlichen und kulturellen Lebens mit dem größten Flughafen des Landes. Und nicht zuletzt ist sie die Heimat von über 12 Millionen Menschen. Historiker berichten, dass die Stadt von einem Abenteurer namens Büzas gegründet wurde, der im 7. Jahrhundert vor Christus mit dem Schiff eintraf. Er gründete ein Dorf, das man Byzantium nannte. Byzantium hat eine hervorragende Lage an Bosporus, der Meerenge, die das Schwarzmeer mit dem Marmara und dem Ägischen Meer verbindet. Er beauftragte seine Baukonstrukteure, eine große Stadt mit breiten Boulevards, weiträumigen Plätzen und großen Palästen zu errichten. Die neue Stadt wurde im Jahre 330 n. Chr. als das neue Rom feierlich eingeweiht und erhielt den Namen des Kaisers, Konstantinopel. Weiht der Kaiser Justinian der Große sein bedeutendstes Bauprojekt ein, die Kirche der Heiligen Weisheit oder Hagia Sophia. Auf einem Hügel über dem Bosporus gelegen, genau an dem Ort, an dem einst der heidnische Tempel vom Byzantium stand, war diese schöne Kirche das größte und prächtigste Bauwerk der ganzen Welt zur damaligen Zeit. Im Gegensatz dazu ist die byzantinische Korakirche, Kirche des Heiligen Erlöses, erbaut im 11. Jahrhundert zu sehen. Eine kleine, freich ausgeschmückte Kirche, die als Mittelbau eines Klosters errichtet wurde. Sie liegt in der Nähe der Stadtmauer und beherbergt die feinsten byzantinischen Mosaiken der gesamten Region. Die Fresken der Paraglion-Kuppel entstanden aus einer neuen byzantinischen Kunstrichtung, die Parallelen zur italienischen Renaissance aufwies. Die Kirche wird heute als Museum genutzt. In der Nähe der Hagia Sophia befindet sich das Hypodrom der Stadt, ein Platz für öffentliche Spiele, Turniere, Streitwagenrennen und für besondere Ereignisse. Entlang seiner Spina, der mittleren Trennungslinie, sind Relikte aus der Vergangenheit zu finden. Ein ägyptischer Obelisk aus Granit, der mit dem Schiff von Niel nach Byzanz gebracht wurde. Eine bronzene Schlangensäule, deren Spitze einmal drei Schlangengehäupter krönten. Die Säule des Konstantins, die zu byzantinischer Zeit mit Pferden aus glänzender Bronze bedeckt war. Die Armeen Sultan Mehmed II. eroberten schließlich 1453 die kaiserliche Stadt und setzten damit dem byzantinischen Reich ein Ende. Die osmanischen Sultane verschönerten ihre neue Hauptstadt und ließen prächtige Gebäude errichten, die mit denen der Byzantine konkurrierten. Die Blaue Moschee, gebaut 1616 im Auftrag von Sultan Ahmed I., fand ihren Platz neben der Hagia Sophia, so dass man die beiden künstlerischen Höchstleistungen direkt vergleichen konnte. Der Sultan stiftete seine große kaiserliche Moschee mit vielen anderen Gebäuden dem Volk. Trinkwasserbrunnen, eine Klinik, eine Suppenküche für die Armen, ein türkisches Bad, ein Priesterseminar, Wohnviertel, Geschäfte und Warenhäuser. Der Topkapi-Palast, unter den Europäern bekannt als der Saraglio, war die Wohnung der Herrscherfamilie und das Zentrum der Regierung des Reiches. Erbaut zwischen 1465 und 1478, wurde es während der folgenden vier Jahrhunderte ständig umgebaut und erweitert. Es ist ein herrlicher Ort mit Gärten, Tavillons und mit luxuriösen, majestätischen Räumen, von denen viele mit unbezahlbar wertvollen türkischen Kacheln ausgestattet sind. Der bekannteste Teil von Topkapi ist der Kaiserliche Harden, legendär wegen seines Luxus, seiner Romantik und Intrigen. Mozart schrieb seine berühmte Oper, die Entführung aus dem Sarai, über ihn und viele andere Künstler ließen ihre Fantasien freien Lauf, was sich im Harem wohl abspielen möge. Der Istanbul an den Haupthandelsrouten lag, war es schon immer ein wichtiges Geschäftszentrum. Der große Bazar mit seinen 4000 Geschäften ist einer der faszinierendsten Märkte der Welt. Er ist tatsächlich eine kleine Stadt für sich. In der Nähe des goldenen Horns befindet sich der ägyptische Markt, die Wurzmarkt, der im oswanischer Zeit bekannt war als ein Ort, an dem Gewürze und Kräuter zu kaufen waren, die für die Küche oder zu medizinischen Zwecken verwendet wurden. Auf einem Hügel mit Blick über die Stadt steht die Süleymaniye Moschee oder die Moschee von Süleyman dem Prächtigen, die größte der kaiserlichen Moscheen der Türkei. Sie wurde für den bedeutendsten Sultan des Reiches gebaut und ist ein Meisterwerk des größten Architekten der Türkei, Mimar Sinan. In der Region um Istanbul sind viele bezaubernde Orte zu finden, die sich als Ziel von Tagesausflügen anbieten. Mit der Fähre können sie in kurzer Zeit nach Tüden über das Marmarermeer nach Isnik fahren, in alter Zeit bekannt als Nicea. Isnik ist bekannt für seine Landwirtschaft, aber es kann auch auf eine lange römische Geschichte zurückblicken. Das antike Nicea war eine für Handel, Politik und Kultur bedeutende Stadt. Die frühe christliche Kirche führte hier zwei wichtige ökumenische Konzile durch. Bei dem ersten Konzil von Nicea, das im Jahre 1325 in der Hagia-Sophia-Kirche abgehalten wurde, schufen Theologen die Voraussetzung für die Annahme des niceischen Glaubensbekenntnisses. Nicht weit im Süden von Isnik liegt Bursa, eine große und stetig wachsende Stadt, die sich an den büthinischen Berg Olymp anlehnt. Bursa konnte bereits auf eine lange Geschichte zurückblicken, als 1326 die Osmanischen Sultane die Stadt zu der ersten Hauptstadt ihres sich rasch aussehnenden Reiches wählten. Erbaut 1396 ist es die älteste erhaltene Osmanische Moschee. Ein viertel Jahrhundert später wurde die Grüne Moschee gebaut. Ihr Stil ist von dem arabischen Beeinflussen Ulujami verschieden. Die Grüne Moschee und die sich umgebenden Gebäude, ein kaiserliches Grabmal, ein Priesterseminar und eine Suppenküche für die Armen geben uns seinen Eindruck von dem, was die Osmanische Architektur in den folgenden Jahrhunderten noch leistete. Seit alter Zeit ist Bursa ein Zentrum des anatolischen Seidenhandels. Noch heute werden im Juni und Anfang Juli Säcke voller Seidenraupenkokons gehandelt. Ein großer Teil der Geschäfte wird in dem historischen Kosa-Hahn, einem Gebäude aus dem Jahre 1451, abgewickelt. Die haardünnen Seidenfäden werden geterbt und zu leuchtend bunten Kopftüchern, Schals, Blusen und anderen Kleidungsstücken verarbeitet. Westlich des Stadtzentrums von Bursa liegt der Vorort Chekirge, berühmt für seine heißen Mineralquellen. Sowohl den Römern wie den Osmanen, die die Bäder restauriert und deren Anlagen erneut haben, dienten diese Quellen zu ihrem Genuss. Fährt man von Istanbul oder Bursa aus westwärts, erreicht man in wenigen Stunden die Dardanellen. Während des Ersten Weltkrieges sandte Winston Churchill eine riesige Flotte der Alliierten aus, die seinen Weg durch die Dardanellen durchsetzen sollten, um Istanbul einzunehmen und die Seewege nach Russland wieder öffnen zu können. Mit hartnäckigem Widerstand gelang es der türkischen Seite, die Flotte und die Invasionsarmee aufzuhalten, aber die Kosten waren für beide Seiten entsetzlich. Schaut man über die südliche Öffnung der Dardanellen, so fällt der Blick auf das antike Troja. Seit der Bronzezeit ist der Ort besiedelt. Der Dichter Huma berichtet, dass die Achäergriechen die Trojaner vor mehr als 3000 Jahren überfallen hätten, weil ein trojanischer Prinz die schöne Helena entführt habe. Moderne Historiker hingegen nehmen an, dass dieser zehn Jahre während der Krieg wahrscheinlich um die Kontrolle über die Dardanellen ausgefochten wurde. Was auch immer der Grund war, Troja verlor den Krieg. In der Nacht krochen die archäischen Soldaten, die sich in dem Pferd versteckt hatten, nach draußen und öffneten die Stadttore für die Invasoren. Troja wurde ausgeplündert und brannte aus. Obernatter war Herz, die Stadttemberg. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Öffnet den W foto? Das ist das?